Wollt auch ihr eure Kindheit zerstört haben? Ist Luft die Böse? Ich schau mal nach. Danke Siri, danke, danke. Dann wurde mein Weltbild tatsächlich jetzt gerade zerstört. Ich kann an der Stelle leider nicht weitermachen, aufgrund eines physischen Schocks. Schockierend. Großartig, dann schaltet am 29. Dezember zum Jahresende Rotomcast ein. Mit vielen coolen Leuten, wie Steve, Kalle. Ich bin ein erwachsener Mann, der sich gerade ein Happy Meal gekauft hat, um eine Yoshi-Figur zu bekommen. Und ich bereue nichts. Scarlett, yeah! Und vielen coolen Gästen. Der epische Rotomcast zum Jahresende. Mit vielen coolen Themen, wie... Und sonst so... Ja, muss ja, ne? Muss. Oh, yeah! Nur auf Twitch-TV, Scarlett! Aber jetzt mal in all seriousness. Schaltet am Dienstag um 18 Uhr zum Rotomcast ein. Es werden viele coole Themen drankommen. Es werden viele coole Gäste kommen. Und es wird auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Wir werden sehr viel auf den Chat eingehen, was Themen angeht. Und wir werden sehr viele Fragerunden machen nach jedem Thema. Ein Thema wird ungefähr eine Stunde dauern, je nachdem. Wir haben geplant, drei Themenbereiche zu machen. Also wir werden auf jeden Fall drei Fragerunden machen. Wenn ihr irgendwelche brennenden Fragen habt, dann könnt ihr schon immer mal vorbeischauen. Ansonsten könnt ihr irgendetwas cooles machen wie zocken und den Cast einfach im Hintergrund laufen lassen wie ein Podcast, wie das normalerweise gemacht wird mit Podcasts. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Vielen Dank.